Hier könnt ihr die Abtanzbar sehen, die Tür öffnet sich automatisch, hier wird der DJ dann wahrscheinlich auflegen, aber ein sehr schönes Investor, sehr schön eingerichtet. Das ist genauso premium, alles inklusive offen, solange die Gäste Bock haben. Wenn nichts los ist, schließt er glaube ich nur zwei oder zu. Wenn was los ist, dann bleibt er länger.